So Leute, hier sind wir bei der nächsten Herausforderungsrunde und mal gucken, was uns hier erwartet. Ähm, okay, Predermäuser? Predermäuser, die sind abschließend, ach, die sind Geister. Predermäuser, hast du nicht gesehen. Moment, okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, 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 okay. Let's go, okay. So, let's start. Was ist das? So, drei Runden, ein Runde über Sternen, kommt die nächste, gucken, ach ne, jetzt kommt eine normale Zunge, weil der Schlüssel da drinnen ist irgendwie weg, naja, toll. Dann haben wir alles kaputt schießen. So, wie geht's das? So, wie geht's das? So, nur noch zwei Runden. Na ja, aber eigentlich geht's, geht's, es geht, sagen wir mal so, es geht. Mein Schatz, okay. So, 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 okay. eine gute Waffe und Feuer frei, Ego Perspektive gibt es da auch noch, die wir dich haben, haben und jetzt Ego Perspektive im Feuer, geil. Ego Perspektive Ego Perspektive So, und geschafft! Ich werde es einsammeln und dann Tschüss hier.